herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe der klemm baustein lyrik und zwar heute mal zum thema lego ideas ich weiß der ein oder andere hat dann natürlich schon eine idee was sich dahinter verbirgt aber ich dachte mir erstens ich will in nächster zeit öfter mal so ein paar projekte davon vorstellen und zum zweiten möchte ich über diese seite dann vielleicht erstmals einstieg zeigen wie funktioniert das ganze und was ist denn die geschichte genau wie es funktioniert kann man relativ einfach machen man geht nämlich auf die webseite ideas punkt lego.com und wenn man abstimmen will oder in irgendeiner form mitmachen will dann muss man auch ein account haben und da kann man seinen ganz normalen lego account nutzen das heißt den womit man dann zum beispiel auch shoppen geht ja dann kann man sich erstmal ganze menge angucken wir gucken uns erstmal die geschichte hinter lego ideas an weil lego ideas gab es ja erst noch gar nicht als lego ideas sondern das ganze hieß erst kuso c u s o o geschrieben wie sich es genau ausspricht ich kann es gar nicht genau sagen und zwar gibt es das ja seit über zehn jahren wohl schon eben in japan da kam das ganze her und war schon so als plattform zur zusammenarbeit mehr oder weniger der fans mit lego geplant und dann noch ausgelegt aber eben erstmal nur in japan das bedeutet das erste kuso beziehungsweise lego ideas set was wir hier sehen das war dann auch erstmal nur in japan erhältlich um nicht zu sagen da blieb es auch deswegen ist das nämlich auch schweineteuer das irgendwie zu versuchen heute noch zu bekommen nämlich dies hier shinkai heißt es 2011 ist es dann erschienen und dann ging es weiter erstmal noch zwar hauptsächlich japan aber immerhin das erste was dann international erreichbar war war dieses asteroid exploration spacecraft hayabuzo aus dem jahre 2012 weiter ging es dann unter anderem mit dem nasa rover den wir hier sehen aus dem jahre 2014 auch noch sehr schwer nur noch zu bekommen dann ein erstes minecraft set damit ging es überhaupt los mit der ganzen minecraft serie mit einem idea schräg schräg kuso modell nämlich dem hier aus dem jahre 2012 von einem schweden mojang so sein username der das dann entwickelt hat so dann aber back to the future ein sehr cooles modell sprich also den delorean aus dem jahr 2013 da ach der ist doch schon eine wucht und wenn wir dann weitergehen kommen wir zum ersten idea set das set nummer sechs nämlich dies hier lego ghostbusters das war dann tatsächlich da wo sich dann mit dem ecto one alles geändert hat auch die regeln haben sich dann langsam nach und nach verändert bis zu den regeln über die wir dann gleich reden werden jetzt gehen wir relativ schnell weiter da haben wir zum beispiel die frauen im research institut wir haben der das exosuit was auch sehr beliebt war dann die vogelvögel die glaube ich erstaunlich weniger beliebt waren obwohl ich sie ein ziemlich cool fand die wir hier sehen dann big bang theory das set das rausgekommen ist auch das gibt es nicht mehr auf dem freien handel ja jetzt gibt es ja auch bald die big bang theory nicht mehr wally immer noch eins der allerschönsten modelle aller zeiten wie ich finde also das fängt wunderschön immer noch dieses traurige melancholische mit seiner blume in der hand ein also mit den großen augen also wally das ist auch heute noch finde ich eine wucht von 2015 das doctor who set haben wir hier von 2015 dann 2016 jason eleman hat sein erstes set rausgebracht dann hier mit diesem maize mit dem ja der möglichkeit diesen ball da irgendwie durch das labyrinth zu jagen den man links und rechts dreht dann den kette helm den haben wir hier zu sehen dann kommt yellow submarine zum beispiel adventure time für unsere breiten hier glaube ich eher uninteressant auch für unsere altersgruppe dann von felix die nasa apollo saturn 5 rakete gehört auch mit zu den allerschönsten also adias schräggericht kuzu hat einfach so tolle modelle rausgebracht und das sind ja alles fan modelle da kommen wir jetzt ja gleich zu und für viele auch eins der allerschönsten modelle aller zeiten der alte fischer laden den wir hier sehen der gehört ja schon zu den neueren sachen von 2017 dann haben wir die women of nasa dann das schiff in der flasche das ist jetzt dieses jahr herausgekommen genauso wie tron und voltron ganz frisch auf dem tisch sozusagen und dann wird ja dieses jahr auf jeden fall noch von jason eleman dann das set erscheinen dass auch wieder dieses flipbook also ein buch zum auf und zu klappen hat so jetzt hat man vielleicht lust bekommen jetzt will man vielleicht selber mitmachen zwei möglichkeiten gibt es einmal zum abstimmen dafür muss man sich einfach nur angemeldet haben auf die modelle gehen wo ich gleich mal zeigen wie man das macht und dann sagt man ich bin dabei darf noch ein paar fragen beantworten und dann hat man einen stimme abgegeben oder man will ein eigenes set einreichen dann muss man ein paar regeln beachten und das ist vielleicht für einige auch ganz interessant was muss man zum beispiel dann bedenken alles darf grundsätzlich eingereicht werden nicht nur fertige modelle sondern auch die die mit ldd gemacht wurden also sprich nur elektronisch erstellt wurden also auch elektronische grafiken dürfen eingereicht werden schön ist natürlich wenn man was fertiges gemacht hat aber auch solche anderen modelle können gewinnen also sehen wir ja zum beispiel bei der saturn 5 rakete was müssen wir wie gesagt beachten es darf kein ganzes kommunumerat ans set sein es muss ein festes einzelnes thema sein dürfen dann zwar verschiedene sachen dazu gehören aber so ein ganze feuerwehr welt die wäre zum beispiel nicht möglich dann gibt es inzwischen eine größen beschränkung nämlich maximal 3000 teile sollen sein das muss also noch in die box passen so sagt das lego obwohl ich mir hier diesen feuer diesen polizeimann hier definitiv holen würde also egal was köst das wäre so ein ja start up and take my money modell aber egal man darf nicht mehrere lizenzen verwenden sondern immer nur eine von den bestehenden wobei auch da muss man aufpassen also das ist eben von den lego modellen das heißt also nicht lizenzen extern da kommen wir gleich noch zu sondern von den lego eigenen drei reihen also friends zum beispiel hier oder eben ninja go ninja go dann bitte nur eins also nicht bitte friends mädels mit den ninjas irgendwie anbandeln lassen dann muss man aufpassen was die lizenzen selber angeht das war jetzt ja gerade eben lego da haben die rechte sind bei lego da kann man also was einreichen wenn es externe lizenzen sind was sie eben ja auch sagen star wars marvel und so weiter die sie schon verwenden aktuell dann ist das auch nichts was verwendet werden darf oder was bei dir schon verwendet wurde wie minecraft doctor who adventure time apollo dann ist auch das jetzt raus das geht nicht mehr das ist seit einiger zeit jetzt so wenn es neue lizenzen sind dann glaube ich so aus meiner erfahrung wenn man das mal so sieht ist die wahrscheinlichkeit zwar nicht sehr hoch dass sie es schaffen aber es könnte durchaus klappen bei der nasa gibt es ein bisschen was besonderes da gilt es dass ja nasa geht es dann auf das programm also mit nasa produkten kann man durchaus noch was werden aber es darf dann eben nicht schon wieder ein mars science laboratory kurse die rover sein aber es darf auch nicht noch mal apollo programm sein da muss man was anderes angucken warum nicht ja was aber es gibt ja noch was anderes als mars und apollo zurzeit fliegen sie gerade zur sonne das ginge also wenn man dann übrigens bei lego auf die idee kommt nachdem man so ein ideas hat vielleicht angenommen hat mensch das passt doch minecraft könnt ihr vielleicht auch noch weitere sets dann interessant sein dann kriegt man für die folge sets übrigens nichts das sagen sie nicht also für sein eigenes da gibt es fast da kommen wir gleich zu aber für folge sets ist dann vorbei jetzt sehen wir hier den zeitablauf also man reicht ein set ein mit bildern mit beschreibung und und ab dann hat man dann 60 tage um 100 leute von diesem projekt zu begeistern also 100 müssen dafür abgestimmt haben wenn das geklappt hat dann hat man noch mal ein ganzes jahr 365 tage um 1000 leute gefunden zu haben wenn das geklappt hat dann hat man 182 tage um auf die 5000 zu kommen und dann noch mal 182 tage also noch mal ein halbes jahr um dann die 10.000 zu erreichen denn 10.000 das ist das was man haben will weil wenn es bei 10.000 landet dann ist man im review sozusagen im recall beziehungsweise gar schon der motto show sprich also lego guckt sich das ganze jetzt ganz genau an und guckt ob es vielleicht funktioniert das in ein fertiges produkt dann umzuwandeln das sind dann nachher diese review entscheidungen die wir ja immer wieder dann dreimal im jahr zurzeit online besichtigen dürfen manchmal kommt was durch manchmal gar nichts das haben wir auch schon gehabt manchmal sind tatsächlich auch mal zwei sachen aber die meisten sachen die mit 10.000 stimmen durch sind werden nicht angenommen das muss man sich auch bewusst machen das ist leider die realität und hier sehen wir den zeitablauf wie das ganze denn dann entsprechend abläuft da kann man sich schon mal ein bisschen darauf einstellen hier sehen wir es also review und so weiter interessant für uns glaube ich als zuschauer ist wann werden die sachen bekannt gegeben september januar mai also jetzt im september wäre es eigentlich soweit wieder dass wir was hören ob denn vielleicht ein idea set es wieder schafft ja genau dann geht die periode eben los es gibt noch so ein paar grundsätzliche regeln die man machen muss zum beispiel muss man mindestens 13 jahre alt sein es dürfen nur lego steine verwendet werden es muss mein eigenes werk sein was man da verwendet und so weiter und so fort da verweise ich hier auf diesen text den ich gerade mal durch scrolle also wer will kann da also gerne sich das dann genau angucken es gibt natürlich einige bereiche die gar nicht gehen waffen zum beispiel und ähnliches verherrlichen des gewaltverherrlichen des und übrigens auch da muss man auch aufpassen alles was mit kirchen zu tun hat oder legion also eine kirche kölner dom dürfte daher gehend also zum beispiel nicht gehen sollte man es also aber dann geschafft haben nicht nur unter das ins review zu kommen sondern sogar dann die das yo zu bekommen von lego dein set wird das nächste idea set dann kriegt man ein prozent von den netto einnahmen also wenn wir so ein set verkauft wird dafür 100 euro heißt das nicht man kriegt einen euro dafür sondern weniger weil da ist ja noch ein bisschen vertrautten wie zum beispiel mehrwertsteuer man kriegt auch noch zehnmal das set und man hat ja credits hätte gesagt nicht man wird berühmt und beliebt natürlich bei allen geschlechtern wer es zwar in dieses review geschafft hat aber nicht angenommen wurde darf immerhin für 500 dollar bei lego einkaufen ja gut da kriegt man dann nicht mal millennium fall allerdings für aber ein paar andere sachen natürlich immerhin so ein kleiner tropfen auf dem heißen stein ja nun gut es ist wie es ist ja und wenn wir jetzt mal gucken was sind die sachen die übrigens gerade im review sind die wir demnächst ja dann erfahren ob das wird da haben wir zum beispiel dieses modulhaus hier modular akade also ein modulhaus wo es darum geht dass man eine spielhalle da drin wohl dran drin hat das sieht eigentlich ganz cool aus wer hätte ich fände ich cool ob das 3000 teile wirklich nur sind kann man schon darüber diskutieren ist aber zumindest kein lizenzproblem dann haben wir hier das treehaus also das wohnhaus im baum auch ein sehr schönes modell dann das hier nein ist kein tarnkappenbomber sondern es wieder von der nasa wenn ich das richtig sehe ein so eine art raumschiff das wohl in höheren sphären dann also eher ein flugzeug in höheren sphären die flintstones also eine lizenz die bisher noch nicht bei lego verwendet wurde deswegen darf man das wohl auch dann hier verwenden auch ein sehr schönes modell übrigens aber wie es bei dir typisch ist wenn ich mir alle ansehen denke mir ah mensch die wären alle cool wenn sie kommen würden genauso hier wie diese bmw als vintage stitch ja sagt mir was aber wäre jetzt sicherlich nicht mein oberstes er klassisch ist dann dies hier dieses flugzeug und wir haben auch noch lego mystery science theater das ist irgendwie strange aber hat 10.000 leute begeistert und dann haben wir noch ein schiff ein acclamator class assault ship was so ein bisschen wie star was aussieht aber wahrscheinlich keins ist weil sonst wäre es nicht so weit gekommen und emily erhardt die haben wir ja auch noch die mit ihrem flugzeug dann in der auswahl ist hier sehen wir das ist also eine computer grafik die hier erstellt wurde das ist also im review darum geht es zurzeit und damit sind wir auch am ende dieser folge damit habe ich kurz mal erzählt wie es worum es geht jetzt hat man die wahl zumindest abstimmen also man geht einfach auf die hauptseite dann gibt es hier schon ein paar sets die beziehungsweise modelle die promotet werden und wenn man sich sagt mensch das ist genau mein ding hier weltwestern kaufers aber die stelle ich demnächst auch noch mal genauer vor oder hier dieser schrank dann geht man da drauf man wartet kurz man sieht schon wie vieles unterstützen wie viele tage noch übrig sind und jetzt könnte man eben wenn man möchte das ganze supporten indem man einfach auf support drückt und dann kann man hier noch ein paar fragen beantworten was man meint was das kostet wie viele leute es verkaufen werden für wen es gedacht ist und wie einfach es wohl zu bauen ist und dann wurde ihr anruf gezählt bzw der klick und man gehört zu den unterstützern hier sieht man da fehlen bis zur 10.000 ja doch noch ein paar wobei immerhin das ding sieht ja auch von innen ganz schick aus wir sehen was aber wie gesagt das werde ich dann natürlich ganz ausführlich noch mal in einer eigenen folge der klem baustein lyrik zu den idea sets machen um da ein paar rauszustellen und ich glaube das könnte da durchaus zu gehören sogar mit licht man ich werde schwach gut ich muss hier glaube ich mal kurz was unterstützen das war es für heute mit der klem baustein lyrik bis bald und tschüss